Falls du ein Fertig-PC gekauft hast, auf dem Windows bereits vorinstalliert ist und der PC sich langsamer anfühlt, als es eigentlich sein sollte, dann guck mal, ob diese Einstellung bei dir passt, geh auf Start und tipp ein Energie und wähle Energiesparplan bearbeiten. Hier seht ihr euren aktuell ausgewählten Energiesparplan und hier gehen wir mal in die erweiterten Einstellungen, scrollen hier ein bisschen runter unter Prozessor Energieverwaltung und hier die maximale Leistung des Prozessors prüfen wir einmal und hier im Netzbetrieb stehen nur 90%. Manche Hersteller tun dies, damit PCs leiser sind. Das heben wir einfach auf 100% an und übernehmen das Ganze. Wie gesagt, insbesondere Fertig-PC-Hersteller machen das schon mal. Schaut einfach mal nach, ob es bei euch passt.